Liebe Tierschützer, bei dem soeben gesehenen Sketch sind keine Tiere zu Schaden gekommen. Bis auf den Hasen, den Stiermann erschlagen hat. Es besteht also kein Grund zur Aufregung. Bitte schalten Sie in der Pause Ihr Handys ab, damit die beiden Künstler in der Garderobe nicht gestört werden. Schließlich müssen Sie den gesamten zweiten Teil noch erarbeiten. Es wird relativ zügig weitergehen. Viel Vergnügen in der Pause.